Komm in die Surfschule. Dies ist unsere Beispielseite, anhand der wir versucht haben, mit verschiedenen WordPress-Pagebildern alle Elemente, die du hier siehst, nachzubauen. Es gibt einen Kopfbereich mit Logo, ein paar Icons und Text, ein Zitat mit Hintergrundbild, Team-Informationen mit Bildern, eine Galerie, Kontaktdaten und eine Fußzeile mit den notwendigen Links. Das war's.